Hallo, mein Name ist Stefan Schaul. Ich bin einer der beiden Geschäftsführer der Firma MAFAC. Hallo, ich bin Armar Ostendorp, auch Geschäftsführer der Firma MAFAC. Seit dem 1. April 2022 haben wir die Firma MAFAC als Gesellschaft übernommen. Trotz dem Eigentümerwechsel bleiben wir ein traditionsreiches Familienunternehmen. Nun eben nicht mehr in der Hand der Familie Schwarz, sondern Schaal und Ostendorp. Wir werden MAFAC im Sinne der Familie Schwarz weiterentwickeln und stehen ihnen auch zukünftig als zuverlässiger Partner in Sachen westlicher Teilreinigung zur Verfügung. Unsere Devise bleibt Technologieführerschaft, Nachhaltigkeit und ein klares Bekenntnis zu unseren Mitarbeitern und unserem Standort Alpesbach im Schwarzwald.